Oh la la mit Alfons Schubeck. Alfons, was erwartet denn heute die Gäste? Ja, das ist ja, ich meine, man muss ja schauen, dass die Show immer wieder ein bisschen besser wird, ein bisschen anders wird. Das Schöne ist ja, dass man die guten Künstler eigentlich auch schon Jahre im Vorhinaus buchen muss, weil sonst kommen die nicht. Und ich finde, dass das den Namen Oh la la richtig trifft. Das ist eine richtig witzige, nette Show. Also auch ein bisschen italienisch angehaut? Ja, oh la la. Okay. Und die 13. hast du gesagt? Ich glaube es. Ich glaube nicht einmal, dass die 14 ist, aber 13 hört sehr gut an. Sehr gut. Und du hast das? Oh. 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 Und du kennst das? Ich sagte zu Teatro, ich sagte, das wird nicht funktionieren. Ich kann nicht Deutsch sprechen, sie können Englisch sprechen. Sie sagten, nein, wir helfen dir. Ich dachte, sie würden mir einen Sexy Girl Translator bekommen. Oder ein I-Phone. Sie wissen, was sie hat mich? Das ist das, was sie hat mich. Ja, das ist... Das Moment kann dein Leben verändern, Trillina. Die Leute werden dich überrascht, sie werden dich überrascht. Everybody! Ich! 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 Ich habe alles hier. Nein, 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 ich habe es für alle. Are you ready for dessert? Ja! Let me hear you! Are you ready for dessert? Ja! Bring out the dessert! Doch was fördert das Theater ohne ein großes Finan? Das ist eine Züpfel. Und ich war auch nicht. Wie gesagt, vielen herzlichen Dank für das Thema. Wie gesagt, wir sind nicht beleidigt, wenn es jemand gefallen hat. Wenn sie es... Oh, okay, vielleicht mehr. Sorry, sorry. 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 I'm sorry to interrupt. Ich spreche nicht sehr gut. Es ist schön, dich zu treffen. Servus. Servus, Servus. Always Servus, das ist alles. Servus. Ich spreche nicht sehr gut. Aber ich denke, du sagst, dass du jetzt gehen sollst. Ja, ich habe es auch. Nein, nein, nein. Komm mit mir, Alphonse. Mein Protagé. Schau mal auf die Leute. Schau mal auf die Gesichter. Es ist eine Premiere. Ja. About what? Well, you can't just come sing one song and go. Okay. One more song. You say yeah. I say we do it together. Yeah, okay. Bye bye, love. Bye bye, happiness. Hello, loneliness. I think I know the fire. Nein, 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 nein.